Geil. Ich stehe hier am Feast und weiß nicht, welches Kid, das ich bin. Willkommen in der zweiten Folge Minecraft PvP. Ich spiele MC PvP Harko Games und ich bin gespawnt und es geht direkt los. Hinten ist ein Sumpf. Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Dann gehe ich jetzt mal schnell da hinten hin, wenn ich da hinkomme. Okay. Drei, zwei, drei, vier. Habe ich schon. Vier rote. Krass. Aber ich sind zum Glück noch genug Pilze. Hoffentlich bleibt das auch noch ein wenig so. So. Während ich weiß, was das Kid copycat kann, dann kann ich, wenn ich immer kille, seine Kitfähigkeit übernehmen. Sprich, ich kille einen Kangaroo, ich bin danach Kangaroo, kille ich einen Stomp und nicht nach Stomper. Ist eigentlich recht einfach. Und dafür interessant, da es sehr abwechungsreich ist. Nur am Anfang muss man halt aufpassen, da hat man eben noch kein Kit. Dann ein paar braune werden recht cool. So. Perfekt. So, eine Minute noch. Ein Holz. Ja. Das, da lege ich schon mal recht gut die Zeit auf jeden Fall. Ach, wie herrlich das die EUs auch einfach nicht legen. Oder kaum. Und vergleicht es in den US. Denn wenn ich da spiele, lege ich das für jeden Fall gewaltig. Da, da, runter. Nice. So. Zack. Und bolts. Eins und zwei. So. Dann baut man ein Schwert. Ach, wie viele gerade liefen. Krass. Okay. Zack. Zack. So. Okay. Ne. Oh. Wincibility ist vorbei. Jetzt mal auf dem Team treffen. Ja, geil. Ein Dreier-Team? Ein Fünfer-Team. Ja, la. Ne. Ist glaube ich nicht nur ein Team. Ich glaube ich zwei oder drei Teams. Ich will den hier killen. Der kann ja nicht wahr, dass ich so viel Suppen habe. Perfekt. Bin ich? Viking. Cool. Das macht wohl so viel Damage wie ein Eisenschwert. Komm schon. Auf jeden Fall mache ich damit, glaube ich, krass Damage. Spann, was das für ein Kit ist. Alter. Musst ja gar nicht refillen. Nice. Alter. Ja, jetzt bin ich Monk. Geil. Alter. Nice. Alter. Wie sie gerade abgeht. So muss man im Inventar ein bisschen erklären. zwischen die das ist denn die erst mal gerne mitnehmen als karotten bin ich launcher okay das brauche ich nicht den slot frei das nächste ist da hat er also das ganze zeug leften denn hier alle st k k k k k k k k jetzt kann ich noch mal ein kit selekten das gefällt mir überschreibt das jetzt mein kit ich weiß es gar nicht das glaube ich nicht das kann dahin dahin cool nice bis jetzt läuft auf jeden fall recht gut kam ich jetzt am besten hier raus ist die frage war schon ein wenig dort wieso liefen die alle Soll es auch dir reichen? Äh, ist da oben zu? Komisch. Jetzt brauche ich das schon halt so frei. Sollte eigentlich kein Problem sein. Nein, doch, sollte es. Alter, war hier eisgelt die Lava. War auch nicht schlecht. Okay. So, wo ist denn der Nächster? Ähm, Kopfschlöttinger. Wurde der gerade gekillt? Ist doch gar nichts umgeflogen. Naja. Kann mir egal sein. Ich trau mir jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal ein anderes Kit zu wählen. Ansonsten ist vielleicht Copycat weg. Kronos PvP. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ich würde vielleicht nochmal IP machen. A5. Okay. Nicht, dass ich es vergesse. Ja. Klar. Team. Ist doch klar. Kronos? Vielleicht welches? Doch. Okay, Kangaroo aus. das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht dann habe ich jetzt hier hoch ganz ehrlich diese teams sind drei team ernsthaft jetzt meine güte stress pur ich kümmere mich um den einen jetzt zeigt natürlich der eine auch wieder um das ist dauernd jetzt bin ich hermit das darf k nice kangaroo bin ich jetzt wieder ja danke ich glaube der natürlich wird eingescheißert alle wie viel damage mich der auch macht so kann schon wirklich jetzt bekommen alter macht mich richtig viel damage gemacht ich auch mit weiß die große team sind doch echt scheiße das kommt weg das nämlich mit das kommt weg das kommt weg das ist schnell leute ja auch die ganze zu runter von uns sterben richtig komisch ganze zeit ist wirklich komisch urwachte ich kurz und schon gefahren die ganze drunter ich glaube die scheinen schon in das in der spiel rein die ganze zeit nächste ist so klar die runde läuft doch schon mal richtig gut ok der ist da unten irgendwo wahrscheinlich ok marley pvp vorne das war dann der letzte für ein kit ich habe es gar nicht mitbekommen läuft er zu seinem teampartner rüber ich komme schon hoch scheiße ich weiß gar nicht was für ein kit das ich jetzt bin gar nicht ich gehe nicht zu dir rüber ich weiß dass da ein tower ist blöd bin ich nicht ok der nächste vorne ich habe sehen hier nur trauern ohne witz ich weiß jetzt schon dass das alles traps sind ach manu vielleicht gehe ich jetzt einfach reisen fahren ja das tut jetzt einfach hier geht es einfach nach unten ja geil cool ich nehme schlecht mit 1 2 3 4 5 6 7 8 das nehme ich auch mit ich laufe jetzt mal ein bisschen bogen rund um das ne das ist nicht hier rund um ähm vorne ist eine höhle ok laufe ich hin ich laufe zu meinem bogen um die tower und wenn alle die sich fragen warum bei mir alles ins hell ist ich habe kein fullbright nein ich habe einfach meinen kamerwert hochgestellt wohl habe ich schon so jetzt schon mal eisen ich brauche ganz genau boah warte mal dick ich brauche wie viel 20 brauche ich nicht ich glaube 17 ja 17 sollten es sein ja geil 4 habe ich ja cool die hülle ernsthaft nicht weiter sind das halt alles für pimmelhöhlen ernsthaft ich habe ich auch noch runter ich weiß nicht was ich dafür geht dass ich bin das ist auch cool die ganzen Spam Nachrichten hier nerven da das sehe ich schon mal da oh zu viele kann ich mir jetzt gleich ein brustpanzer machen auf jeden fall brustpanzer kann es jetzt einfach für geschenk fällt mir jetzt noch ein wenig heißen aber noch ein stück kann ich noch was machen doch schuhe ich meine bis das hier noch durch ist dies wurde ich glaube nicht angekündigt ich ziehe mich kurz zurück und richte mein inventar ok das baue ich also nicht mehr das auch nicht das kommt dahin das schiff jetzt gar nicht erst runter dann gibt es noch gerne einfach ein slot frei also nun mal an die koppelseite schiffen fiest minus 75 und 16 bin hier gar nicht mal so weit weg minus 75 16 sollte mich vielleicht notieren minus 75 und 16 ok und da vorne mister water water sollte ich mir auch vielleicht mitnehmen wenn ich was zu finde jetzt habe ich nur noch einen helm oder unter dem tower lauf ich einfach mal in den bogen rund um ich laufe hier einfach vielleicht ein wenig durch den dschungel durch weil das niemand stört ich bräuchte eigentlich wasser einfach nur für den grund falls ähm wo ist das falls ich irgendwo hochgemaged werde und irgendwo runterfalle wir sind alle naja das liegt daran da ich soll im moment ein bisschen herumwaggen naja kann man halt nicht allzu viel machen sollte ich wieder kurz das essen ok meine dinge hat schon ein bisschen gelitten meine hose da vorne sieht man schon die fiest plattform ip ist A5 oder A5 ja gut gut das ist es geil ich naja geil ich stehe hier am fiest und weiß ich keines kid das ich bin nimm es einer cool find ich hier vielleicht immer mal wasser da unten steht jemand da unten steht jemand da unten ist wirklich jemand die weggeneriert nicht richtig da ist einer Wurde ich mich einfach jetzt. Ach. Ach, komm schon. Ach. Schon refill. Das ist Viking, glaube ich. Ja, ne, Jackhammer. Jetzt weiß ich wenigstens, was ich bin. Alter, da hätte ich jetzt aufpassen sollen, ehrlich gesagt. Den Jackhammer. Hätte der böse enden können. Auf jeden Fall. Hier vergehe ich jetzt wieder hoch zur Fies-Plattform. So. Zwei Minuten noch. Für mal. Es kam kein Team. Wie viel sind wir übrig? Fünf Spieler. Okay. Oh. 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 Jetzt nochmal einer. Lol. Ja, geil. Lol. Muss ich immer mal erzähl loswerden, welche ich nicht benötige. Durch Kapitsche kann man hier vielleicht sogar ganz gelegen. man weiß es nicht. Ich hoffe mal, die Teamer nicht. Ich hoffe mal, die Teamer nicht. Ich hoffe mal, die Teamer nicht. Okay, die lasse ich jetzt mal kämpfen. Soll ich reingehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Geil. Okay. Ich gehe jetzt mal auf, hoffe ich das auf einen. Oh, das ist Achilles. Ach, komm schon. Der nimmt halt extrem wenig Damage. Das ist mein Schwert. Das ist mein Schwert. Ja. Laufen alle mir nach. Gar nicht cool. Einfach die Kisten gespawern. Ich checke immer die gleich alle weg. Ach. Jetzt. Pferle. Okay. Sucker tut mir eigentlich nicht. Also ein Zell. Pferdeug. Okay, die bekämpfen sich. Der ist vergiftet. Den kämpfe ich jetzt. Ich hoffe das Gift fügt ihm einiges in Schaden hinzu. Ich habe eben schon mal was kaputt gegangen. Das macht auf jeden Fall einiges mehr Damage. Ich habe fast keine Suppen mehr. Ja geil. Warum der kommt mit mich hier einfach zu Tode? Checken wir den jetzt einfach weg. Tschüss. Ja. Alter. Ist das noch online? Ja fast alle. Cool. Und eine wieder. Hm. Den check hämmer ich auch weg. Oha. Chironimo. Chironimo. Kommt der auch? Ich hoffe hier durch den Wald durch. Komm schon. Ja er kommt. Er kommt. Lass Löffel weiter. Hat er mich überhaupt gesehen? Boah. Bin ich gerade aufgeregt. Ohne Witz. Und vorne ist der. Ich will ihn gar nicht so bekämpfen weil der war glaube ich recht gut. Ach du Scheiße. Auf Cooldown. So. Ich brauche hier wieder einen Baum. Ah hier. Ach nö. Hat nicht geklappt. Bitter wäre natürlich wenn er dann Stomper wäre. Boah. Scheiße. So hat den vielleicht recht zu bekämpfen. Hat nicht gar keine so schlechte Idee. Boah. Alter. Lass mich hier raus. Komm schon. Ich muss dann einfach weg. Check hämmern. Ich brauche einen Baum. Der 2 hoch ist. Und ja. Ich will Kreise unten stehen. Ich warte bis er ganz nah an mir dran ist. Scheiße. Und ich hätte Riffel sind so richtig idiot. Nein. Puh. Ja. Ja. Ein wiedervolles Leben. Nein. Nein. Alter. Nein. Fuck. Jetzt kann ich mich auch nicht wegporten. Habe zu wenig Leben. Ist er noch hinter mir? Ja. Ist er. Ach du Scheiße. Hm. So. Hier haben wir alles trocken. Okay. Ach du Scheiße. Ah. Fuck. Nö. Ich habe die direkt geworfen. Also die Uni geht schon 24 Minuten lang. Geil ist ein Dorf. Probe ich ihn wieder zu check hämmern. Okay. Geh recraftet. Komm schon. Zwei hoher Baum. Bitte. Zwei hoher Baum. Seh her. Nö. Du Scheiße. Jetzt ist er wieder hier. Auch nö. Sollte was essen. Uah. So. Puh. Das habe ich geschafft. Jetzt ist er so übergesprungen. Wir geben bald die Suppen aus. Ich weiß. Ich sollte was essen. Eher kämpfen. Aber ich bin einfach so nervös. Ah. Okay. Mini Feast. Gehen echt. Angst mir suchen aus. Die Rüstung. Ist der runter geflogen? In die Schlucht. So. Zu schön. Aber er ist leider nicht hoch genug. Dass er sterben würde. Warte essen. Damit ich regenerieren kann. Vorne ist er. Ach. Ich hätte ihn gleich im Feast check hämmern sollen. Wie der andere. Wie den anderen auch. Da ist er drüben. Wird er in die Schlucht. Genau. Aus einem sollte ich auch mitnehmen. Man weiß ja. Nie. Okay. Komm schon. Komm schon. Boah. So. Falls ich wenig rede. Und jetzt ein bisschen feige. Aber ich bin einfach zu nervös. Okay. Komm schon. Ich hätte nicht all zu oft im Finale. Meine Rüstung bricht auch gleich. Okay. Ich würde es auch nicht schlafen. Wenn er sich zuerst mal den anderen vorknöpfen würde. Hm. Der Rüstung verabschiedet sich gleich. Immer schauen. Dass er vor mir ist. Hallo Spinner. Alter. 27 Minuten. Ich glaube er läuft jetzt gerade zu dem anderen rüber. Zum letzten. Wann ist er jetzt gerade beim Feast? Es scheint fast so zu sein. Er ist beim Feast. Glaub ich mal. Glaub ich mal schnell hoch. Oh. Nein. Doch. Ach du Scheiße. Nee. Jetzt kommt er wieder. Okay. Ich habe ihn gehört. Ach du Scheiße. Jetzt ist eine Schlucht. Oh. Das ist so eine Scheißhöhle. Alter. Puh. Bitte. Fall doch einfach hin ans. Lamberjack Loch. Ho. Alter. Puh. Da stoße ich ihn jetzt runter nachher. Nee. Wasser. Puh. Nein. Och. Nee. Nein. Mal schauen. Ich habe ja kein Zucker mehr. Und keine Rüstung. Ah. Jetzt wird das wohl vorbei sein. Jetzt wird das wohl vorbei sein. Ach. Nö. Fuck. Ah. Fuck. Ah. Ich hoffe trotzdem die Runde euch gefallen. Sag nämlich tschau. Und bis zum nächsten Video. such yon. Maybe.